Guten Abend, meine Damen und Herren. Der nachfolgende italienische Spielfilm Die Bibel von Dino De Laurentiis dauert bis 23 Uhr. Unter der Regie von John Huston spielen viele international bekannte Stars. Unser Verkehrssicherheitsfilm Der siebte Sinn zieht heute eine Zwischenbilanz zum Reiseverkehr 81. Letzte Nachrichten der Tagesschau um 23 Uhr 5, um uns von Ihnen zu verabschieden. Meine Damen und Herren, wir zeigen jetzt den italienischen Spielfilm Die Bibel. John Huston, der selbst die Rolle des Noah übernahm, hat diese monumentale Verfilmung der ersten 22 Kapitel des ersten Buches Moses im Jahre 1965 inszeniert. In Hauptrollen sehen Sie unter anderen John Harris, Franco Nero, George C. Scott und Ava Gardner.